als ich schien jetzt ist der Hammer das Volk aus dem Gold kennen uns Gold schien also und jetzt auch noch mal kurz in die Nachhinein als es ist damit buchstammt so damit man schneller wird oder überhaupt über längere Distanz fahren kann als ob überhaupt fahren und selbst wenn ich habe noch 48 Goldstücke leuchtet und ins Borna Worte schmutzig ab und hat rechtlich wird das noch ein giftes die noch nie mehr kein gift aber ich glaube es ist in der Schwierigkeitsgrad ich mache mir eine Art und bei uns und ich nicht mal dadurch auch in den Fakten so als er die Schicksal-Lieden alter Vater ich bin durch die ganzen Gänge gelagten Fakir in der Spitze anschaffen hier ist jetzt nicht mehr so viel das sind zwei Truhen viermal Lapis drei Kürbiskerne 3 und Körbistern 3 Brot 8 Kohle und einmal Gold ich bin Kürbiskern was Kürbiskern Kürbiskern wir haben doch schon Kürbisker oh Alter Alter hab ich mich gerade erschrocken das hat man voll auf der Aufnahme gesehen wie immer eine ganze Maus weggeflogen ist echt schon du musst dich dein Webcam nebenbei laufen lassen ja also man hätte mich so erschrocken gesehen also los mach an ich hatte schon aus ein bisschen ausprobiert aber ich hatte dann doch noch für das richtige Let's Play was ist hier dann unrichtig ja mein Verfassung wird zu Ende machen noch mehr also das hat ein Gesichter sehen nächste Truhe fünf Schienen drei Gold und neun Eisen Alter wie viel Druck findest du drüben oder so hm witzig Fakir Fakir Alter was jetzt los was Creeper achso Fakir achso achso reisen hier war schon ein Prozent 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 also ich sehe anders noch ich nicht es ist es ist hier noch es wird zwei Stunden auf Prozent 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 sich in den Bienen zu gehen String Prozent 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 wir haben jetzt gleich 440 Schien wieder also also wir haben jetzt schon vier Verschiehen nicht vor Ort Prozent 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 das noch mehr Prozent 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 Alter wie das ist die Verkappte Miene das ist die Prozent 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 ja durch die Schienen Super Spaß so ich habe wieder eine Truhe gefunden ein Einzelbauer mit Prozent Prozent vier Millionen Kerne sie mit zwei und vier kurzen unternehmen bei den Gold Prozent 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 wieder einer Leuchte noch betrunken Brot vier Kürbis-Kennzern Prozent Prozent was er steht wird kann für den Lack daneben sollte direkt ein Prozent Koppel hoffentlich mal Prozent 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 eine Spinde um ein Gott könnte sie ein er nimmt kein Schaden er hat eine Spinne das könnte ein Lechstein Prozent 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 um nicht wurde gerade in der Stelle ja ich bin mit der Zeit die Welt auch hier um hat man eben nicht auf die bis zu können sie für den Haus so ja warum scheiße für sich im Moment auch da war Kassel entliegt also nicht guck mal ob ich ein bisschen Wolle für den Bauchschirm im Bett angenommen und das ist ja ein je nachdem ich habe jetzt kein Zeug mehr die Bühne das wird mal im Zusammenhang so mein Mann schieren ist man weiß nicht wie man die Anzeigener man weiß nie war man mal einem Ende mehr die Haare sie leiden kann Herr Börling und Zahn hier war an ein empfiehlt abtisch ich habe drei Wolle hier ist der Arnie auf der Spornal in meiner Hand Lekt ein Spinn Ego ist wo es nur zufrieden ist das denn und die Verkunft der Bewerber und Gott er hat so was nicht zufällig der Brunner Nehmeister nicht und weiß es auch nicht mehr genau wo ich eigentlich bin aber das sollte auch kein großes Problem darstellen also wie viel Spinnen kommen wir da raus ich verpüßt mich ein Enderman der Zuhörmloch ja guck ihn bloß nicht an sonst fühlt er sich wieder gemobbt und versuchte uns zu bringen damit du aufhörst über ihn zu lachen was du gar nicht tust tja ok mein Inventar ist gleich voll ich sollte langsam mal wieder zurückkehren naaa oder meine ganze Scheißausnahme brauche ich nicht Feder das brauche ich nur nicht also das brauche ich Alter ich habe gar nicht gedacht so ein Creeper steht neben mir weil irgendwann im Mund geschmatzt hat Hörspinnen auch gebrauche ich nicht ähm um 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 ein Nitz am Ende auf Holz er noch mehr sind von mir ich hätte ihr was zu wählen ich jetzt weiter aus wie verschiedenen liegenden hier oben ein fucking ist die alle mit er sicher alter die mine ist so unendlich riesig Millionen Gänge und so okay können wir den kurz vergiss es spreche dich morgen in der schule drauf an ja das solltest du lieber in der schule machen wenn es privat ist es ist nicht privat ich habe nichts was ich dann nicht ich habe lab bis als erz gefunden ich habe flatlands gefunden noch mehr okay ich bin schon auf der suche ich bin in der Nähe Tobi sucht Kuh die neue Soap ja viel Spaß ich gehe mit dem eigentlich Seife dazu wozu ja zu so einer Soap-Teil im Event Seife also wirklich Dokuso Dokumentar Seife Dokumentar Seife? ja genau jetzt in Mediamarkt Dokumentar Seife und da ist eine Kuh und da war eine Kuh die rennt mir immer wieder ins Messer also wirklich und die kommt Headcard die Kuh hat er gerade moonwalk gemacht guck mich an und rennt rückwärts ok das sieht man auch nicht alle Tage jedenfalls nicht im real life stell dir sich einmal vor du siehst eine Kuh und die läuft rückwärts weg ja das bringt nein mein Inventar ist voll so ein Scheiß als ich eben so ein bisschen auf YouTube gesurft habe habe ich da einen Clip gesehen ein Parcours laufender Hund richtig cool ok so ich gehe jetzt in den Zombies spawner bam 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 ola stellt euch jetzt mal dramatische Musik vor ok stirbt ihr Schweine ja das sind aber Zombies egal mutierte Schweine der Creeper ist ein mutiertes Schwein wie du sehr genau weißt oh ja ok 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 Skelette haben Aimbot oh mir noch einmal? ne aber nimm ihn trotzdem mit ne ne ich will jetzt ich brauchen wir äh moosigen Stein äh eigentlich nett ne ja ja oder nein ne eigentlich nett ok dann komme ich jetzt wieder zurück ans Tageslicht ey wir sind mir langsam ein bisschen zu tief hier mit den Dingern hm aber nimm den einmal mit wir bräuchten glaube ich noch einen für den Kuchen Rafa ja jetzt ist zu spät jetzt will ich gerade raus da ist noch ein bisschen hast du dich geportet oder? ne 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 hallo ich spiele survival gut ja also hier man weiß sie ja nie über dir ähm fakt wo bin ich jetzt hergekommen hier ne nein wo ist euch das wissen hier äh läuft spinnen ne noch eine spinnen ne leuchtet nachts spinnsbonat schon naja da ist es mir doch gerade der Bohren unter den Füßen weggebrochen ok also ich verstehe es ja gar nicht ne bau ist ein Block von Sand ab der so freie in der Luft schwebt und dann kracht die der halbe Berg weg verstehe ich ja überhaupt nicht alter wo bin ich hier bitte hier langgekommen also jetzt noch hier ist es für den Schnee hier sind noch Schienen wächst Gras eigentlich ja wieso würdest du das denn jetzt wissen allgemein wissen achso damit ich im nächsten Einstellungstest eine gute Note schreibe wächst in Minecraft das Gras ja Bestands sind eingestellt ok bei Mojang oder was ne bei Wer wird Millionär ok alter ich hab keine Ahnung mehr wo ich hergekommen bin lass noch mehr heißen ey ich finde nur noch Schienen preisen Gold glaubst du zu dem Leben Mio und Kerne Kürbiskerne also haben die Goldbarkeit da wird er bemerkt wie viel von Abstand gestern gefunden 16 verdammt wieso verdammt ich glaube die ganze Zeit die Gegend um Holz zu holen und was ist eine Kiste direkt vor meinem Haus Holz ah äh hätten wir sparen können lachen nicht ok nein sagt deine Meinung bitte deine Meinung er hat sich drei Jahre was sind denn hier mit spät Alter ich will spät ich will ich will ich will ich will ich habe zwei Diamanten in der Natur gefunden ich auch und ist ja nichts besonderes Alter wie viel Scheiße man hier findet ist der absolute Oberhammer Scheiße die man teilweise gar nicht braucht und Scheiße die man eigentlich total braucht äh dann werf ich halt die Knochen weg Alter Vater also sechsmal Kohle 15 15 Lapis 2 Melonen 2 Diamant und 8 also 8 plus 5 sind ne doch 8 Kohle noch dazu Alter ich will hier raus ich budde mich jetzt einfach noch rum ich bin ein John holt mich hier raus her 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 ich versuche ich versuche es ist hier er hat auch nicht das neuer aber in den nächsten Minenschacht gefallen auch fiktiv neuer ja irgendwie nicht so ne und was los so irgendwie ja nicht so ne mit der Hände so für die Hände äh irgendwie ja nicht so ne aber das ist egal bist du lustig lustig du kannst du dich wollen so tief Böden da ich glaube der lässt das Fähnchen dran Schickhause Schicksal m m m auf die Markt gerne dort ist ich mag und ja allerdings nicht diese komische Artikel da gerade geht es die Rasse schon gehört ja total hast du nie gehört ne ja jam 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 also hast du in Biologie nie aufgepasst was pass ich denn in Biologie auf wenn ich sowieso später Papst werde was brauche ich Mathe wenn ich Bundeskanzler werde da muss ich nur lächeln und winken können immer nur lächeln und winken lächeln und winken ja wie bei der Begrüßung der neuen Schwimmer bei uns lächeln und mhm war das wirklich so ja nicht an dass sie später nur abziehen will einfach nur weiter lächeln und winken m m es hat vollgebracht die eine Stunde zu fehlen nur damit wir uns mal kurz vorstellen das heißt also lächeln und natürlich klar je weniger Physik zu besser wie auf ja diese die 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 die